Für die Dokumentation der gespeicherten Messungen aus Aquafone A200, Secoa C200 und des Secoa Phone AC200 steht Ihnen die Software Watercom zur Verfügung. Mit der Software Watercom können Sie auch die Messprotokolle anfertigen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Rechner mit dem Internet verbunden ist. Vor der ersten Benutzung sollten Sie die immer wiederkehrenden Informationen in der Software hinterlegen. Darum werden Ihnen beim ersten Start der Software in einen Dialog die zur Erzeugung von Protokollausdrucken sinnvollen Informationen zur Eingabe vorgegeben. Sie können nun alle gewünschten Informationen hinterlegen. Beginnen Sie mit der Auswahl des Logos, das Sie auf den Protokollen haben möchten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts neben dem Standardlogo Severin. Wählen Sie nun Ihr Logo vom gewünschten Speicherort aus. Legen Sie nun Ihre Benutzerdaten an. Die Informationen, die Sie hier festlegen, erscheinen im Ausdruck der Protokolle quasi als Briefkopf. Klicken Sie zur Erfassung Ihrer Daten auf die entsprechende Schaltfläche und treffen Sie Ihre Vorgaben. Legen Sie nun den ersten Empfänger der Messprotokolle fest. Wenn Sie als Dienstleister tätig sind, können Sie selbstverständlich Ihre Kundendaten später um weitere Empfänger von Protokollen ergänzen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kunden erfassen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Plus. In dem nun geöffneten Dialog können Sie Ihre Angaben machen. Das Feld Bezeichnung wird automatisch gefüllt, kann jedoch auch nachträglich manuell geändert werden. Bestätigen Sie Ihre Angaben und die Informationen werden gespeichert. Legen Sie nun fest, welche zusätzlichen Informationen Sie im Unterschriftenbereich der Protokolle als Vorgabe treffen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Legen Sie den Standardwert fest und bestätigen Sie Ihre Angaben. Wählen Sie nun den Default für die aktuelle Position einer Messung. Diese Position wird für die Markierung der Messung in einer Karte genutzt, wenn keine Position der Funksender RT200 oder des Empfängers AT200 ermittelt werden konnte oder der Empfänger A200 nicht über ein integriertes GNSS-Modul verfügt. Legen Sie die gewünschte Position fest. Abschließend können Sie den Standardspeicherort der erzeugten PDF-Dateien festlegen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche zur Verzeichnisauswahl und treffen Sie Ihre Vorgaben. Bestätigen Sie anschließend Ihre Vorgaben mit einem Klick auf OK. Schließen Sie jetzt das AC200 über USB an den Rechner an. Windows erkennt nun das AC200 als angeschlossenen Massenspeicher, wie Sie es zum Beispiel von einem USB-Stick kennen und öffnet gegebenenfalls den Windows Explorer. Sie können dieses Fenster jederzeit schließen. Im Display des AC200 sehen Sie nun den Kommunikationsbetrieb. Klicken Sie nun auf das Symbol oben links in der Symbolleiste der Watercom, um das angeschlossene Gerät auszulesen. Sie können im Dialog Gerätedaten lesen nun auswählen, welche Messungen Sie auslesen wollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl. In der anschließenden Abfrage können Sie entscheiden, ob nach dem Datentransfer die Messungen vom Empfänger gelöscht werden sollen. Treffen Sie Ihre Auswahl. Der Download der Messungen wird durchgeführt. Im linken Bereich der Software sehen Sie nun alle zur Dokumentation anstehenden Messungen. Wählen Sie nun durch Klicken eine Messung aus, zu der Sie ein Protokoll erstellen möchten. Der Dialog Vorschau erscheint. Hier können Sie auf Basis von Google Maps die Position der Messung festlegen. Wenn bei der Messung bereits Positionen verfügbar waren, wird die Kartenansicht auf den gespeicherten Bereich zentriert. Andernfalls sehen Sie die Standardposition, die Sie beim ersten Programmstart vorgegeben haben. Sie können die Vorschau in der Kartenansicht darstellen oder zur Satellitenansicht umschalten. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Position. Sie können jetzt die Karte auf den gewünschten Bereich verschieben oder zoomen oder die Symbolflaggen durch Drag & Drop präzise positionieren. Wenn Sie die Position mit OK bestätigen, gelangen Sie zur Vorschau zurück. Sie können jederzeit auch das gespeicherte Geräusch abspielen. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche Wave abspielen. Beachten Sie, dass Ihr Rechner dafür über eine Soundkarte verfügen muss. Die in der Vorschau getroffenen Darstellungen und Ansichten werden nach einem Klick auf OK in das Protokoll in dem mittleren Bereich der Software übernommen. Der Briefkopf und die Fußzeile werden entsprechend Ihrer Vorgaben erstellt. Abhängig von der Art der Messung werden unterschiedliche Vorlagen genutzt, um die Messdaten und Zusatzinformationen anzuzeigen. Unabhängig von den Daten, die aus dem Empfänger ausgelesen wurden, können Sie zu jeder Messung eine individuelle Notiz anfertigen, die mit dem Protokoll gespeichert wird. Darin können Sie zum Beispiel Angaben zur Reparatur machen oder auch vor Ort beim Speichern übersehene Informationen nachtragen. Drücken Sie nun die Schaltfläche PDF erzeugen. Die Software erstellt nun am vorgegebenen Standardspeicherort eine PDF-Datei. Die Dokumentation ist abgeschlossen. Das Sikofon AC200 – professionell, flexibel, intelligent.